Ihr seid die Beschützer unseres Universums. Die Zukunft muss unbedingt erfolgreich sein. Meinst du, jemand hat mich bemerkt? Diesen Herbst. Es wird höchste Teil der viele Dinge auf Skylanderart erledigen. Wo sind die bösen Burschen? Die Skylander. Spyro. Feiert ein bisschen. Stealth-Elf. Hey, was machst du da, Stealth-Elf? Ich mach das hier und auch noch etwas da. Sehr ähnlich. Und Eruptor. Da ist aber jemand grummelig. Bist du heute auf der falschen Seite des Vulkans aufgewacht? Nein, ich bin nicht grummelig. Das war grummelig. Echt, Alter? Werden ihren größten Feinden gegenüberstehen? Glams Shanks, sind das schon so viele Klunker? Man kann nie genug Klunker haben, Sir. Um die Welt zu retten. Skylanders, vereint euch! Yeah! Sieh mal einer an! Ein Original Angry Birds! Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Das bedeutet, wir müssen schnell sein. Hätten Sie uns das nicht einfach sagen können, ohne rumzufuchteln? Skylanders Academy. Ah, du bist der Neue mit dem Bananenkopf. Herzlich willkommen. Ist dein Kopf essbar? Finden wir es heraus. Wunderschön. Sieh besser? Bstaub! Es ist mir schmerzt. Es hat sich requere gezeigt. Vielen Dank.